Hot or not, hier kommen die Tops und Flops aus dem Januar. Ich bin Basti und ihr schaut Siegpunkt. Also klar, der Januar voller Lockdown. Also entweder habe ich allein gespielt mit meiner Frau, ein bisschen mit meiner Familie, aber echte Spielrunden kamen nicht zustande. Trotzdem haben es 45 Spiele insgesamt bei uns auf den Tisch gebracht. Ein paar Evergreens vorneweg geschickt, natürlich Asylflügelschlag, Parks, die Quacksalber von Quecklenburg mit Erweiterungen. Da werden wir jetzt nicht drüber reden, sondern hier geht es jetzt um die Tops und Flops, die frisch auf den Tisch kamen und die uns überzeugt haben. Und es gibt keinen Platz 1, auch keinen letzten Platz. Das Ganze also ohne jegliches Ranking. Wenn wir sagen Top, heißt es einfach, es war ein richtig schöner Abend. Und wenn wir sagen Flop, ist das Spiel vielleicht gar nicht schlecht, sondern hat in dem Augenblick halt einfach nicht so ein gutes Gefühl hinterlassen. Das mag an einem anderen Abend sicher anders sein. Also nimmt Flop nicht zu ernst, genauso wenig wie Top. Aber was war jetzt so mein Spiel vielleicht im Januar? Das ist, glaube ich, gar nicht so verwunderlich. Es ist The Seventh Continent. Das war richtig fesselnd. Natürlich habe ich es allein gespielt, obwohl man es auch mit mehreren Leuten spielen könnte. Aber es spielt sich allein so unglaublich gut. Und dass man eine Gänsehaut bekommt, nur weil man Karten auf den Tisch legt und diese umdreht, etc. ist wirklich genial. Es fühlt sich an wie ein gutes Roman lesen. Ein wirklich tolles Spiel. Und mich erinnert es, und das vielleicht auch mal als kleine Vision an die Spieleentwickler da draußen, mich erinnert es so ein bisschen an alte Text-Adventures auf dem C64. Oder so lustige Point-and-Click-Lucas-Arts-Adventures. Wie wäre es denn, wenn man Seventh Wonders auch mal irgendwie als Day of the Tentacle oder Manic Mansion oder Zach McCracken oder Indiana Jones oder Sam & Max rausbringen würde? Auch wenn es nur mal wieder H.P. Lovecraft ist, ein richtig, richtig gutes Spiel. Vor allem alleine. Top! Kommen wir zu einem Spiel, wo wir unseren eigenen Fernsehsender aufbauen, Werbezeiten verbuchen, Kommentatoren und Moderatoren einstellen. Die Rede ist von The Networks. Ein ganz witziges Spiel. Eigentlich vom Prinzip her, ich habe es alleine gespielt. Und dennoch hat es nicht so richtig geflasht. Es war irgendwie dann doch noch so ein bisschen unrund. Das Thema ist gut, aber es hinterlässt irgendwie nicht so richtig dieses Spielgefühl. Es fühlt sich zu viel wie Arbeit an, aber auch nicht so befriedigende Arbeit. Leider aus meiner Sicht dieses Mal ein richtiger Flop. Und jetzt ein absolutes Negativ-Highlight im Januar. Auf dieses Spiel hatten wir uns echt gefreut, weil es endlich ein Spiel von einem Autor ist, das super aussieht. Das Thema ist toll, die Mechaniken klingen super, die Rezensionen waren gut. Ich habe es mit meiner Frau gespielt und es hat uns überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Wir haben uns nach dem Spiel angeguckt und gesagt, wollen wir das jemals wieder spielen? Man muss auch sagen, die Anleitung ist wirklich überarbeitungswürdig. Der Verlag hat hier auch schon angekündigt, die Anleitung neu zu machen. Bitte steinigt mich nicht, aber Cloud Age war der totale Reinfall bei uns und ist zu Recht ein Flop. Und jetzt zu einem Überraschungshit. Von dem Spiel hatten wir gar nicht so viel erwartet. Man erkundet in Sümpfen düstere Orte mit komischen Monstern. Man würfelt. Klang jetzt nicht so spektakulär nach einem guten Spiel. Hat aber unglaublich Spaß gemacht. War ein wunderschöner Abend. Werden wir definitiv auch nochmal mit Freunden wiederholen. Was uns total gefallen hat, ist alte dunkle Dinge. Und dieses Spiel ist zu Recht top. Frisch vom Pile of Shame, auch dieses Spiel muss man eigentlich spielen. Ich bin kein Riesenfan von Tetris-Puzzle-Spielen. Ich bin kein Riesenfan davon, wenn es so solitär ist. Nein, es geht nicht um Uwe Rosenberg. Wir haben uns an eine Insel gewagt, die von Katzen besessen ist. Und dann kommt da ein Schiff und will die Katzen retten, weil die Insel eingenommen werden soll. Klingt alles abstrus. Und wieder mal so Tetris-Puzzle-Steinchen. Wir haben es auch ein bisschen falsch gespielt tatsächlich. Hätten wir die Regeln mal besser gelesen. Dennoch war es ein recht schöner Abend. Und wir können nur sagen, die Insel der Katzen war im Januar top. Und jetzt noch was für die Vegetarier. Bisschen Karotten, ein paar Salatblätter, ein bisschen Zwiebeln. Beidseitig bedruckte Karten. Das Ganze in einem ganz einfachen kleinen Spiel mit Regeln, die vielleicht irgendwie drei Zeilen lang sind. Kann sowas spannend sein für Fleischesser wie mich? Die Antwort ist, wow, ist das ein gutes Spiel. Die Rede ist natürlich von Punktesalat. So einfache Regeln, so super zugänglich und macht trotzdem Spaß. Ein wunderschönes Spiel war zurecht im Januar für uns top. Und schon wieder geht es in den Sumpf. Diesmal mit Campy Creatures. Wir sind ein verrückter Wissenschaftler und müssen Opfer einsammeln und schicken dafür ein paar Monster los. Das Ganze ist auch ein Kartenspiel. Wunderschönes Artwork, auch relativ einfaches Spielprinzip. Hat richtig viel Laune gemacht, hat toll Spaß gemacht. Kann man immer mal wieder so dazwischen spielen. Für uns im Januar war das top. Wir spielen ein Stichspiel mit Piraten. Klingt langweilig, war es auch. Skullking hat uns im Januar leider nicht überzeugt. Wir werden es nochmal versuchen. Aber ich glaube, das ist kein Spiel für uns. Skullking im Januar leider ein Flop. Allein gestrandet auf einer einsamen Insel. Oh ja, Robinson Crusoe, er hat es gespielt. Nein, Friedemann Friese, Freitag. Wir sind Freitag, wir helfen Robinson Crusoe. Und Robinson Crusoe ist wirklich dumm. Er kann gar nichts. Und wir müssen andauernd Karten optimieren, damit er uns nicht verreckt auf dieser Insel. Ein wirklich nettes Solospiel. Würde ich jetzt nicht 20 Mal spielen, aber ab und an kann man spielen. Und entgegen dem Namen darf man Freitag auch mal am Wochenende spielen. Freitag war im Januar für uns definitiv top. Catch me if you can. Oder Fugitive. Endlich wieder verfügbar. Wir haben es zum ersten Mal gespielt. Und es hat leider nicht funktioniert. Was schade ist, denn es ist ein sehr gutes Spiel. Aber irgendwie meine Frau und ich, wir kennen uns zu gut. Es macht keinen Sinn, dass wir uns voreinander verstecken. Dieses Spiel ist bei uns leider durchgefallen. Ich werde es aber definitiv in anderen Runden spielen, weil ich finde das Spielprinzip toll. Fugitive bei uns im Januar leider. Flop. Ich hasse Katzen. Exploding Kittens gefällt mir allerdings. Hat im Januar richtig Spaß gemacht. Ich habe jede Runde gewonnen. Das macht es sowieso zu einem hervorragenden Spiel. Das erinnert mich an Munchkin. Ein ganz nettes Spiel. Kann nichts Böses, außer richtig böse zu sein. Schnell erklärt, schnell gespielt. Exploding Kittens. Definitiv. Top. So, I tell you what I want, what I really, really want. Spicy Girls. Hat leider bei uns nicht funktioniert. Woran liegt es? Das Mäxchen mit Karten ist echt schlau. Und auch das Artwork ist richtig cool. Macht richtig Spaß. Aber das Problem ist, wenn man es mit Leuten spielt, die man sehr gut kennt, dann kann man lügen, dass sich die Balken biegen. Dieses Spiel hat uns überhaupt nicht überzeugt, weil wir kennen uns alle viel zu gut. Ich brauche da kein Deduktionsspiel. Spicy hat leider nicht bei uns funktioniert. Magina. Spielrunde mit Leuten, die sich nicht kennen, ein Door-Opener sein. Bei uns im Januar leider Flop. Jetzt sind wir halb durch. Und natürlich habt ihr sicher eine andere Meinung. Oder ihr fühlt euch bestätigt in eurem Spielerlebnis. Nutzt die Kommentarfunktion. Was ist bei euch top? Was ist bei euch Flop? Was haben wir völlig falsch gespielt? Wo glaubt ihr uns kein Wort, dass es uns wirklich einen schönen Abend gebracht hat? Würde mich freuen, mal zu wissen, was euch so begeistert hat im Januar. Schach ist nicht so meins. Santorini ist wie Schach. War aber deutlich abwechslungsreicher als Schach. Würde ich nicht häufig spielen, war aber durchaus eine kleine Überraschung. Erinnert so ein bisschen an die Handy-Games, die man sich so runterlädt, wo man dann knobelt und schon nach dem zweiten Spielen sagt, puh, ich glaube, ich schmeiße es doch wieder vom Handy runter. Weil man so viel denken muss für vergleichsweise einfache Züge. Ähm, ist ein ganz nettes Spiel. Man kann zu zweit spielen im Lockdown definitiv besser als nichts tun. Ähm, von daher gerade noch so top! Ich sag's immer wieder, ich hasse Legacy. Und trotzdem, man muss den Pile of Shame abbauen. Also spielen wir natürlich My City. Ja, es war okay. Ich verstehe den Hype um das Spiel nicht. Ähm, für uns ist es irgendwie nicht das richtige Spiel. Und irgendwie blutet jedes Mal mein Herz, wenn ich Spiele kaputt machen muss. Oder Sachen aufkleben muss. Oder sonst irgendwas. Irgendwie ist My City einfach nicht mein Spiel und war für uns im Januar leider ein Flop. Von einer Stadt zur nächsten. Tiny Towns. Gibt's auch schon länger. Hey, der Kartograf mit Holzfigürchen. Ganz ehrlich, ist mir lieber als der Kartograf. Macht deutlich mehr Spaß. Ich find die Mechanismen cooler. Ich find Tiny Towns hätte das Potenzial gehabt, das bessere My City oder Kartograf oder was weiß ich was zu sein. Ist wahrscheinlich in dem Jahr an den Nominierungen gescheitert, weil es so viele Spiele gab, die irgendwie das Städtethema haben. Für mich aber mit das beste Städtespiel und im Januar definitiv top! Wenn dir der Panda andauernd den Bambusstock anknabbert, dann spielst du Takenoko. Sehr hübsches Artwork. Tut keinem was zu leile. Ein ganz liebes Spiel. Hat uns tatsächlich Freude gemacht. Ist mit Sicherheit nicht eins der besten Spiele. War im Lockdown ganz nett. Kriegt man auch mal Kinder mit an den Tisch. Takenoko. Für uns im Januar tatsächlich top! Kennt ihr das auch? Ihr seid im Dungeon Caller und irgendwer nimmt euch alle Waffen weg. Was tut man dann am besten? Genau. Ab in den Supermarkt. Magic Maze. Damit habe ich meine Kinder an den Tisch gebracht. Und das Schönste ist, man darf während dem Spiel nicht reden. Und doch habe ich meinen Sohn angeschrien. Nur mit den Augen. Ein tolles Spiel. Definitiv anstrengend, weil man hat nicht viel Zeit. Gerade mal fünf Minuten. Muss aus diesem Dungeon, der ja ein Supermarkt ist, rauskommen. Ganz nettes Spielprinzip. Spielt sich locker leicht. Die Regeln sind nicht kompliziert. Kann man zu zweit schon sehr gut spielen. Mit mehr Leuten wird es sicher zu noch mehr Nicht-Diskussionen am Tisch führen, weil Reden ja nicht erlaubt. Aber Treten unterm Tisch sollte machbar sein. Magic Maze war bei uns definitiv top! Und nochmal, Friedemann Friese. Hey! Wir managen Bands und wollen die groß rausbringen und manipulieren andauernd die Charts mit unseren Karten. Das klingt wie das Spiel für mich. Megastar ist weder mega noch ein Star. Gott sei Dank gab es das mal geschenkt dazu. Ich hab's gezockt. Es kann leider gar nichts. Friedemann, du machst richtig gute Spiele. Keine Ahnung, was dich hier geritten hat. Gerade das Ende am Spiel ist so unbefriedigend, weil sich so vieles ändert und du eigentlich dir denkst, warum hab ich eigentlich 20 Minuten gespielt, wenn jetzt eh der Zufallsgenerator eingeschalten wird. Leider Megastar ist bei uns auf dem letzten Platz gelandet und damit zurecht ein Flop. Warum ich mir Helga der Schreckliche gekauft habe, wissen nur die Insider. Es erinnert an ein ganz schlechtes Carcassonne, was man sich auf Bierdeckel gedruckt hat. Nicht mehr und nicht weniger. Von diesem Spiel habe ich nichts erwartet und ich wurde definitiv auf nicht enttäuscht. Dieses Spiel ist nicht gut und ist zu Recht ein massiver Flop. Es ist 1969. Die Russen sind auf dem Weg zum Mond und biegen falsch ab. Red Outpost. Tatsächlich eine ganz interessante Idee, das Worker Placement mit alter Kommunismus Tradition auf einen fremden Planeten zu packen. Sehr böse Züge kann man seinen Gegner ganz schön mit Nerven auch ein sehr schönes Spielbrett mit partieller Glanzlackierung und so weiter. Also ein ganz schönes Spiel, auch ein übersichtlicher Karton. Zurecht für uns im Januar top! Das Beste kommt zum Schluss. Wir freuen uns hier auf eure Hasskommentare, aber dieses Spiel, und ich weiß, es ist ein richtig gutes Spiel, ist bei uns durchgefallen. Und die Antwort, warum es durchgefallen ist, ist einfach. Man sollte es nicht zu zweit spielen. Nur leider steht auf der Packung, dass man es zu zweit spielen kann, und wir wollten es schon immer mal spielen, weil das Artwork so toll ist und weil es wirklich ein gutes Spiel ist. Es tut mir so leid, Skyf, aber zu zweit werde ich das nie wieder spielen. Ich freue mich auf Spielrunden, wenn wir es zu dritt, zu viert oder vielleicht mit mehr Leuten spielen können. Aktuell war das leider ein ziemlicher Flop. Tekenju, Teotihu Tukwakan. Boah, wer sich die Spielennamen ausgedacht hat. Was? Das ist Inka. Okay, das haben sich die Entwickler gar nicht ausgedacht. Okay, und was heißt dann Zolkin? Der Maya-Kalender. Ah ja, Zolkin, der Maya-Kalender. Tatsächlich das beste T-Spiel wir haben sie alle durch. Zolkin hatten wir noch nicht gespielt. Das ist das mit den Zahnrädern, ein wunderschöner Mechanismus, ein richtig tolles Spiel, war eins der Highlights im Januar. Das hat richtig Laune gemacht. Worker-Placement hat ja immer so dieses Oh nee, jetzt muss ich schon wieder arbeiten Prinzip. Das ist so übersichtlich trotz seiner ganzen Komplexität, dass ich mich auch trauen würde, es mal mit Nichtspielern zu spielen. Zolkin, das beste T-Spiel und bei uns im Januar Achtung Wort mit T Top. Ja, ich wollte, dass meine Kinder mal im Haushalt mithelfen, zum Beispiel mal in der Küche ein bisschen mitmachen, dass wir dann doch bei Kitchenrush gelandet sind und sie dort begeistert, die Sanduhren platziert haben und mal in der Küche wirklich mitgeholfen haben, gekocht haben, finde ich schon mal ganz spannend. Für mich persönlich ist es ein Spiel, wo ich anfange, Mitspieler anzuplärren, weil sie einfach nicht so folgen, wie ich will. Besser kann man das Thema eines Angry-Restaurant-Besitzers mit irgendwelchen Angestellten nicht umsetzen. Für mich ist das ein Spiel, wo ich anfange, Sachen über den Tisch zu werfen. Das ist wirklich Emotion und hat im Januar sehr viel Spaß gemacht. Für uns war Kitchenwash deshalb Top! Gegensätze ziehen sich an. Das Spiel mit dem hübschesten Cover war eins der schlechtesten Spiele und das Spiel mit dem Abstand schlechtesten Cover war eins der besseren Spiele. Great Western Trail, na klar, nach Cloud Age blieb so ein schlechter Beigeschmack, dass wir einfach nochmal einen Pfister auf den Tisch bringen mussten und von Great Western Trail wirst du nicht enttäuscht. Ein richtig gutes Spiel, tolles Worker Placement, sehr schöne Mechaniken, man muss sich halt zwei Sachen bewusst sein. Zum einen, es wird niemals den Preis des schönsten Covers gewinnen, aber kleiner Tipp, im Internet gibt es hier so ein paar Cover auszudrucken von Fans, die kann man sich da draufkleben und dann sieht das Spiel gleich viel besser aus und zum anderen auch hier, bitte überarbeitet die Anleitung. Es ist wirklich nervig dieses Spiel zu spielen zum ersten Mal, es fehlt auch eine Art Kurzanleitung, dass die Piktogramme erklärt. Eigentlich müsste das Spiel ein totaler Reinfall sein, ist es aber nicht. Für uns war es im Januar top. Und noch ein kleiner Überraschungszieger im Januar eine wundervolle Welt. Habe ich auch mal allein gespielt, funktioniert aber zu zweit auch sehr, 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 sehr gut. Tatsächlich wird auch in einer größeren Gruppe wahrscheinlich gut funktionieren. Ich finde das Spielmaterial ein kleines bisschen übertrieben, in so eine große Box zu packen, hätte man alles ein bisschen kleiner machen können, denn letztendlich ist es hauptsächlich ein Kartenspiel, aber man hat halt einfach das Ganze noch ein bisschen aufgebläht, damit es vielleicht auch, ohne jemandem zu nahe zu treten, vielleicht auch ein bisschen teurer verkauft werden kann. Hätte es alles nicht gebraucht, das Spiel ist trotzdem gut. Ich hätte es eher so wie ein Seven Wonders Duel in der Größe gesehen. Da ordne ich das Ganze auch ein und spiele ich auf jeden Fall nochmal, war für mich auch definitiv top. Das war sie also, die Top- und Flop-Liste im Januar. Einige Überraschungen dabei, definitiv, sei es positive als auch negative Überraschungen. Wir haben schon die ersten Spiele im Februar angezockt, das wird auch nochmal ein spannender Monat. Es wird wieder so sein, dass ich viel mit meiner Frau spielen muss, also nicht wundern, wenn ein paar Platzhirsche durchfallen werden, weil sie einfach nicht familien- nicht-spieler-tauglich sind oder in einer Runde mit zwei Spielern, obwohl es auf der Packung steht, dass man es angeblich zu zweit spielen kann, einfach nicht spielbar ist. Abonniert einfach den Kanal, dann verpasst ihr die nächsten Videos nicht und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich bin Basti und ihr schaut Siegpunkt.